Das ist fast schon wie eine Tragik-Komödie, immer wieder von Jungs zu hören, wie sehr sie glauben, dort Zugeständnisse machen zu müssen, nur um ihre First Lady nicht zu verärgern. Dort werden teilweise ganze Richtlinien von ihrer Seite aus postuliert, an die er sich gefälligst zu halten hat, bis hin zu Tagen, an denen er etwas mit seinen Jungs machen kann oder sogar ein Budget, wenn er sich irgendwas für sich kaufen will, vielleicht eine Uhr, ein gutes Parfüm oder ein Mountainbike oder sowas. Also ich muss mal sagen, was in Beziehungen, in denen Männer Frauen nur nicht verärgern wollen, so zu beobachten ist, das hat nichts mit einer Partnerschaft zu tun. Dass in diesen Beziehungen keine bzw. unzufriedenstellende Intimität herrscht, das erkenne ich auch meist sofort, sobald er irgendwelche Sprüche ablässt wie 9 muss ich zu Hause sein wegen meiner Freundin oder meine Frau sagt, ich kann mir das oder das jetzt nicht kaufen. Also ich muss mal ganz klar sagen, das hat nicht nur nichts mit einer Partnerschaft zu tun, sondern das ist auch einer der Gründe, warum die Halbwertszeit von Beziehungen heute immer mehr abnimmt. Es ist echt immer wieder spannend, das zu beobachten. Viele Männer wollen halt einfach ihren lieben Frieden und ihre Ruhe haben und da Mann und Frau nun mal auf verschiedenen Ebenen kommunizieren, wird er all das in sich hineinfressen, seine Klappe halten und sich weiter entmannen lassen. Ganz ehrlich, das scheint heute der widernatürliche Status Quo zu sein. Der Status Quo von extrem vielen Beziehungen da draußen. Männer schreckt sowas naturgemäß ab. Hinzu kommt ja noch, dass Männer, sobald es dann zur erwartenden Trennung kommt und vielleicht noch ein gemeinsamer Hausstand und Kinder mit von der Partie sind, vor Gericht wie Dreck behandelt werden. Sie halten also besser ihre Klappe, halten sich an ihre Richtlinien, tun alles, damit sie nicht verärgert wird und auch alles, damit sie selbst keine Entscheidungen treffen müssen. Und genau das ist der Casus Knactus sozusagen. Männer haben immer mehr Schiss, eigene Entscheidungen zu treffen, gewissen Führungsanspruch an den Tag zu legen und ganz einfach das zu tun, was sie tun sollten, nämlich das polare Gegenstück zur Frau zu verkörpern. Ich weiß schon, dass die Hauptsache mein Frauchen ist glücklich Nummer vollständig Usus in der modernen Hollywood-Popkultur ist, aber das ist eben nicht das, was zu harmonischen Beziehungen führt. Es führt zum genauen Gegenteil. Zu viel Harmonie, zu viel Anpassung an sie und zu viel von der Frauen wollen von Männern auf Händen getragen werden These, ist einfach mal schädlich und du erreichst alles andere als Anziehung.